Hallo und willkommen zurück zu Minetime at Sandrock. Ja, ich habe auf Kamera ein klein bisschen was gemacht wie angedroht, noch ein bisschen eine Miene verbracht, meine Ausdauer ist im Eimer, der Tag ist soweit gelaufen und wir gehen mal einfach pennen, denn von der Theorie her müsste uns jetzt Mian erwarten mit dem Handwerkerrundgang. Wir schauen mal, ob dem tatsächlich so ist oder auch nicht. Werden wir sehen. Wir legen halt auch direkt los, wie ihr merkt. Ich habe immer noch Urlaub. Gute Woche, mal schauen, ob ich noch etwas vorproduzieren kann. Das hat in den letzten Tagen nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, denn es war verdammt heiß. So heißt das, es ging einfach nicht. Du konntest zwar lüften abends, aber mit Fenster auf, selbst um 24 Uhr oder so, ist direkt die Hauptstraße. Da hast du trotzdem mal den ein oder anderen, der im Auto lang ballert, bzw. wenn ich hier moderiere und am hohen moderieren bin und so. Ja, wenn dann doch mal jemand draußen lang rennt, der wundert sich wahrscheinlich. Also von daher, warum lebt denn das Spiel jetzt so lange? Was war das denn gerade? Das ist ja merkwürdig. Das Spiel hat noch irgendwie ein Hotfix oder zwei bekommen, in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe. Ich hoffe, dass das jetzt nicht negativ beeinträchtigt. Okay, der Text hier oben ist anders. Da steht, dass das wieder ist weg. Alphavision befindet sich noch in der Entwicklung, stellt nicht die endgültige Qualität dar. Sonst stand da, spiegelt ich die endgültige Ergebnisse wieder oder sowas. Howdy Partner, genau. Das wissen wir. Hallöchen. Hi Mian, wir haben schon gewartet. Erst auf, die Trainstation. Du hast vielleicht bemerkt, dass die Plattform auf der Plattform voll voll mit Potholen. Well, das endet heute. Let's go! Okay, Löcher. Dann gucken wir noch mal. So. So. Hier drinnen oder draußen? Ach, tatsächlich da drinnen. Hä, ist die einfach verschwunden gerade im Laufen? Hier sind wir. Let's fixen diese Höhle. Na klar. Das wird's tun. Auf zum nächsten Target. Die Fett, die umgekehrt Mardos Oasis. Buildercruise, roll aus! Der Zaun muss repariert werden. Na klar, das kriegen wir auch hier hin. Das ist neu. Ist doch noch nicht Halloween. Was ist denn da los? Alright, hier sind wir. Jetzt, ist es nur ich oder ist diese Fett, nur ein bisschen in der Schaubendepartement? Nein, eine Fett. Nein, eine Fett zu unserem Freund hier? Die Fett? Entschuldigung? Entschuldigung? Au. Let's fixen die wonkylschenden Teile und dann weiter. Halli. Ich wusste, dass Sandrock immer noch viele Trenen durch den Tag durch die Strecke haben. Aber als ich hierher gekommen bin, also... Ja, nur ich. Ich weiß. Ich wollte eigentlich den Zaun. Entschuldigung. Wollte ich nicht belappen. Wir machen eine ziemlich gute Team, hm? Wir haben das in einem Plast. Okay, auf unsere nächste Mission. Beachinstallation in Town Square. Du siehst, einen Tag habe ich bemerkt, dass Vivi allgemein über die Stadt geschaut hat. Sie sahen sich ein bisschen verraten. Und es hat mich plötzlich getroffen. Es ist nicht irgendwo in der Stadt zu sitzen. So... Die waren vorher noch nicht da. Kann ich jetzt endlich... Moment. Ich frage mich gerade Tastatur und Maus. Ja. Hauptmenü bla bla bla. Sprechen kann ich das jetzt mittlerweile mal? Ne, ich kann es immer noch nicht... Verwerfen. Ich kann es immer noch nicht auf Steuerung legen, das finde ich jetzt bescheuert. Brabe ich, warum das nicht geht? Das hasse ich ja in Spielen, wenn die Sachen halt einfach nicht... Huch! Wie sie meinen, Frau Doktor? Ne, das finde ich halt bei Spielen blöd, wenn er das nicht selber... Ja. 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 Dankeschön. Ne, was ich sagen wollte ist, ähm... Das ist so ein Ding, das gefällt mir an Spielen, dann... Warum ist das... Na egal. Äh, so gar nicht, wenn du halt, ich sag mal, wenn du halt deine Tasten selber überlegen kannst. Ich mach das richtig gerne. Ich spiele nicht gerne DSD, sondern eher mit den Pfeiltasten. Ich weiß, das geht vielen wahrscheinlich genau andersrum. Aber, ähm, wenn ich mir halt meine Tasten nicht so überlegen kann, wie ich das möchte, dann ist das halt echt ein bisschen ätzend. Wenn so halt Sachen gesperrt sind. Achja, Jan. Ähm, wir sind... Auf Rang 2 immer noch. Jan dicht auf den Fersen... Nein, halt. Ich wurde hier. Danke. Ähm... Pumpenrohr... Bereits im Sitz. 0, 5 Tage. Wir probieren das einfach mal. Mehr als schief gehen geht eigentlich nicht. Und die müssten auch gehen. Was ist denn eine Aufgabe dieser Stufe? Oh, das geht nicht? Nicht 2 davon? Mist. Das wäre wahrscheinlich schneller, egal. Kupfertopf, Gummischlauch. Ich glaube Kupfer hat mir mehr, ne? Äh... Ja, lass mal gucken. Hä? Welches damit? Äh... Hä? Ich darf doch... Achso, weil ich noch einen offen hab. Tag der Erinnerung. Leder. Achso. Faule Sack sitzt da und macht nix, ne? Ähm, ja. Ich überlege gerade. Können wir das einfach so bauen? Wir müssen mal gleich mal gucken. Ja, wie gesagt, schief gehen kann tatsächlich nicht funktionieren. Äh... Pumpenrohr... Gummischlauch... Räume 10. Glas. Räume 8. Gummierung brauchen wir auch 8. Äh... Gummierung meine ich. Gummierung. Gummiring, ja. Von Elsie. Ähm... Mir ist aufgefallen, dass du ein Centrak ohne dein eigenes Pferd unterwegs bist. Äh... Oh, sie bringt uns... Sie bringt uns was übers Reiten, weil vielleicht können wir irgendwo ein Pferd uns holen. Das wäre natürlich schön. Das hatte ich glaube ich beim letzten Mal in der Aufnahme so ein bisschen bemängelt, dass ich das gerne hätte. Äh... Forschungszentrum. Das hat mir einen Auftrag gegeben. Hm... Oh ja, Trockenungsbestell. Das ist natürlich... Jo. Oh, Wasser. Ähm... Gummischrott ist in Arbeit. Das ist super. Hm... Stimmt ja. Ich hatte ja was im Auftrag gegeben noch. Wir hatten ja volle Leitung... Äh... Volle Leitung. Voll... Volle, äh... äh... Kamöre hier. Ach Gott, ich kann nicht mehr reden. Wir hatten ja alles hier vollgestopft, die bis zu weit ging und dann, naja. Was fehlt denn hier noch? Äh... Äh... Ach gut, Steinsäge. Da braucht man noch eine von, ne? Äh... Ach, da fehlen zwei Gummi. Hm, genau. Das war das Problem. Äh... Ja. Äh... Okay, das scheint sich jetzt nicht erledigt zu haben. Moment. Ach, ich bin doof. Moment. Da brauchen wir auch zwei Stück. Mach mal. Mach mal. Mach mal ein. Fair. Nice. You said I, we can doof. Das ist das. Das ist das. Oh man. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Da ist die Maus. Was ist das? Was ist das? Das ist, was das? leichtes umdekorieren hier sowieso nicht alles final jetzt sollte das passen aber noch schrott den wir verarbeiten können dann handelsaufträge dafür brauchen wir gummi schläuche einen noch um jährigen 8 stück von wahrscheinlich gummi für das war nicht die dinge das waren die ne schleifer machen das ich kann nur zwei ach du scheiße es frisst sechs stück wie kann das sein das sind ja ok das ist natürlich das trockens ding mal gucken ob wir das herstellen können vielleicht für mehr essen also wartet werden können wir in die minen runter und so arbeitstisch da trocken gestell kupferstab haben wir kupferschraube haben wir nicht fehlen uns drei ach nur kupferstab und kupferschrauben echt kupferschrauben wahrscheinlich eher an dem schleifer ja tatsächlich also der brauche stück noch strom genau wir haben 22 jahre rein damit ach so wir brauchen noch glas ne ja komm kippen sand haben wir ein bisserl was brauchen wir glaube ich vielleicht auch aktuell nix für anderes zeug das ist mal vorsichtshalber ein bisschen glas herstellen das muss man voll das zwei stück so der klex passt schon zwei öfen spare ich mir mal auf falls wir noch metall brauchen wir haben glaube ich noch ein skillpunkt bekommen oder ne wir haben nur ein level ab gehabt aber wir sind kurz vorm sozialen abkampf dauert noch maschinen dauert auch noch sammeln sowieso dann würde ich noch mal in die in die aufträge reingucken so rum sind schon draus achso bestellung ab die kupferbarren ne kupfer die bronzestangen warum das aber noch stangen sind sind barren aber gut die können wir mal abgeben das dauert noch ach so leder vier leder da fehlt uns ähm tierfell für dann gehen wir mal kurz zwei drei jacks umballern ach da ist eins hier bumm ne hi ach gequatscht haben wir schon ne könnt ihr irgendwas schenken ähm hier so ein weizensaatgut komm viel spaß damit ja die mine die die ähm ich sag mal kalendertechnisch ist da eigentlich irgendwas was ansteht ne da steht jagd äh nach erinnerung an und das wunschfest ok wartet mal ok ingame ich dachte grad was das ähm ob es hier auch wieder so ein greedfest wie ein porscher gibt aber werden wir dann erfahren wo halt alle so so Geschenke nachhechten das war immer halt übelst so ich hoffe mal ich verballer nicht zu viel ähm ich will er nur wieder na 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 dies ist mein Kollege feines haar grobes leder ähm feine haare sowieso ach wir müssen halt auch nochmal datendesk abgeben für neue forschung ne sollten wir mal machen ähm achso ich wollte die die quest hier aktiv schalten dass ich das 20 stunden oh dann müssen wir es beeilen ähm erfolgen die kann weg und die können wir gleich abgeben dann lass uns mal schnell das leder noch produzieren mehr salz haben tierfell noch nicht so wirklich tierfell plus 6 unbehandeltes tierfell was haben wir denn jetzt nur tierfell ne beschädigt wo ist die frage welche wir dafür brauchen mal gucken jackmilch sehr schön mach die zwei hier mal noch einen kopf kürzer und dann gucken wir mal nach ob das reicht das sind unsere llamas quasi die die bunten llamas aus oscha die haben ja auch regelmäßig besuchte fällen und was ich die viecher umgeballert habe was was ich die llamas verprügelt habe das tut mir im nachhinein wirklich wirklich leid weil ich brauchte halt diese fetzen und das hat was ich die ich hab irgendwann aufgehört zu zählen ich glaube ich hab's übertrieben oder so ähm brauchen wir das von irgendwas noch ne ne was ist wenn ich jetzt 108 herstelle es gibt erfahrungen nicht so viel aber ja leder ja machen wir drei ne vier haben wir in der gänze ne warum hat er das andere denn nicht verbucht dann machen wir noch eins so es kann doch sein dass das in der truhe gelandet ist 150 und ja dann machen wir mal das da oben zuerst das sollte der äh priester des lichts sein wie heißt der denn ich hab den namen vergessen die dekoration steht hier wahrscheinlich wegen dem tag der erinnerung ach miguel miguel war es hi dein auftrag bitteschön gerne hi plauder plauder naja take care wieder so ein Spinner sag ich mal Verzeihung ich will niemanden der gläubig ist auf dem Füße treten aber der ist jetzt so ja alles alte Welt ist doof und ja da sollte man eher mit klarem Verstand rangehen statt alles zu verteufeln aber das ist ja meistens so mit Gläubigen ne dass sie halt alles immer was sie nicht kennen Angst vorhaben und verteufeln deswegen wie gesagt ich will niemanden auf dem Füße treten wenn sie Trost im Gebet oder so finden alles gut aber ich bin selber nicht gläubig und ich sag mal so leben und leben lassen solange mehr damit keiner auf den Pelz rückt habe ich damit auch kein Problem solange wie man sich selber verletzt durch sein Glauben oder andere ist das alles immer knorke da kann man das machen so Mission erledigt dürfen wir uns jetzt eigentlich noch eine weitere abholen weil wir haben ja die eine Mission platt gemacht habe ich was gesagt erledigt ach scheiße ich denke ich denke mal nicht an diesen blöden Fall scha was Moment äh wie habt ihr euch das denn gedacht hä ok ok da war eine Kiste liebe nicht rankommen dass hand noch nicht noch nicht ok ok